Das Feuer von innen Sechstes Kapitel Anorganische Wesen Am nächsten Tag bat ich Don Juan immer wieder, mir unseren überstürzten Aufbruch aus Gennaros Haus zu erklären. Er weigerte sich, den Zwischenfall auch nur zu erwähnen. In Gennaro fand ich auch keine Hilfe. Jedes Mal, wenn ich ihn fragte, zwinkerte er mir zu und grinste wie ein Narr. Am Nachmittag kam Don Juan in den hinteren Patio seines Hauses, wo ich mich mit seinen Lehrlingen unterhielt. Sofort verschwanden die jungen Lehrlinge alle, wie auf ein Stichwort. Don Juan nahm mich am Arm und wir begannen durch die Galerie zu spazieren. Er sagte nichts. Eine Weile schlenderten wir einfach umher, ganz als wären wir auf dem Marktplatz. Don Juan blieb stehen und wandte sich mir zu. Er umkreiste mich und betrachtete meinen Körper von oben bis unten. Ich wusste, er sah mich. Es befiel mich eine merkwürdige Müdigkeit, eine Schlaffheit, die ich nicht empfunden hatte, bevor seine Augen mich streiften. Unvermittelt fing ich an zu sprechen. Der Grund, warum Gennaro und ich nicht sprechen wollten über das, was gestern Abend passierte, sagte er, war, dass du während der Zeit, als du im Unbekannten weiltest, sehr viel Angst hattest. Gennaro hatte dich hineingestoßen und dort begegneten dir gewisse Wesen. Was für Wesen, Don Juan? Wesen, die ich dir jetzt noch nicht erklären kann, falls dies überhaupt möglich ist, sagte er. Du hast nicht genug überschüssige Energie, um in das Unbekannte einzutreten und es zu verstehen. Als die neuen Säher das System der Wahrheiten über das Bewusstsein aufstellten, sahen sie, dass die erste Aufmerksamkeit alle Glut der Bewusstheit, die ein Mensch hat, verzehrt, ohne ein Fünkchen davon freizulassen. Genau dies ist jetzt dein Problem. Deshalb empfahlen die Säher, der Krieger solle, da er doch ins Unbekannte eingehen muss, seine Energie sparen. Woher aber soll er Energie bekommen, wenn ihm alle genommen wird? Er bekommt sie, so sagen die neuen Säher, durch das Austilgen unnötiger Gewohnheiten. Er machte eine Pause und ermunterte mich, Fragen zu stellen. Ich fragte, welche Auswirkung das Austilgen unnötiger Gedanken auf die Glut der Bewusstheit hätte. Er antwortete, es löse das Bewusstsein von der Selbstreflexion ab und gewähre ihm die Freiheit, sich auf etwas anderes einzustellen. Das Unbekannte ist immer gegenwärtig, fuhr er fort, aber es liegt außerhalb der Möglichkeiten unseres normalen Bewusstseins. Das Unbekannte ist der überflüssige Teil des Durchschnittsmenschen und überflüssig ist es, weil der Durchschnittsmensch nicht genügend freie Energie hat, um es zu erfassen. Nach all den Jahren, die du auf dem Pfad der Krieger wandelst, hast du genügend freie Energie, um das Unbekannte zu erfassen, aber nicht genug Energie, um es zu verstehen oder dich auch nur daran zu erinnern. Er erklärte mir, dass ich dort auf jener flachen Felsplatte sehr tief in das Unbekannte eingedrungen sei, aber ich hätte mich in meiner Exaltiertheit gehen lassen und Angst bekommen, was so ziemlich das Schlimmste sei, was einem passieren könne. Darum sei ich aus der linken Seite hinausgeschossen hinausgeschossen wie eine Fledermaus aus der Hölle und hätte dabei leider eine Legion unheimlicher Wesen nachgezogen. Ich hielt Donquan entgegen, dass er sich nicht deutlich ausdrücke und er solle endlich herausrücken und mir genau sagen, was er mit dieser Legion unheimlicher Wesen meine. Er nahm mich am Arm und wir schlenderten weiter. Im Zusammenhang unserer Erklärung des Bewusstseins, sagte er, werde ich dir das alles oder beinahe alles sagen. Lass uns fürs Erste noch eine Weile über die alten Säher sprechen. Gennaro ist ihnen sehr ähnlich, wie ich dir sagte. Dann führte er mich in das große Zimmer, dort setzten wir uns und er begann mit seiner Erklärung. Die neuen Säher waren einfach entsetzt über das Wissen, das die alten Säher im Laufe der Zeit angesammelt hatten, sagte Donquan. Das ist verständlich. Die neuen Säher wussten, dass dieses Wissen nur zur Vernichtung führen konnte. Aber sie waren auch fasziniert, besonders von den praktischen Techniken. Wieso wussten die neuen Säher von diesen Praktiken? Sie sind das Vermächtnis der alten Toltegen, sagte er. Die neuen Säher erlernen sie im Lauf ihres Lebens. Sie wenden sie kaum an, aber diese Praktiken sind ein Teil ihres Wissens. Was sind das für Praktiken, Donquan? Es sind sehr unklare Formeln, Beschwörungen, langwierige Techniken, bei denen es um die Nutzung einer ganz geheimnisvollen Kraft geht. Zumindest galt sie den alten Toltegen als geheimnisvoll, denn sie verschleierten sie und stellten sie noch schrecklicher dar, als sie wirklich ist. Was ist diese geheimnisvolle Kraft? fragte ich. Es ist eine Kraft, die in allem, was existiert, gegenwärtig ist, sagte er. Die alten Säher machten nie den Versuch, das Geheimnis dieser Kraft zu enträtseln. Vielmehr nahmen sie es zum Anlass, ihre geheimen Praktiken zu ersinnen. Sie sahen diese Kraft als etwas Heiliges an, doch die neuen Säher überprüften sie genauer und sie nannten sie den Willen. Den Willen der Emanationen des Adlers oder die Absicht. Nun erzählte Donquan, dass die alten Toltegen ihr Geheimwissen in fünf jeweils paarweise Kategorien unterteilt hatten, die Erde und die dunklen Regionen, Feuer und Wasser, das obere und das untere, das laute und das leise, das sich bewegende und das ruhende. Er spekulierte, es müsse einst tausend verschiedene Techniken gegeben haben, die im Lauf der Zeit immer komplizierter wurden. Das Geheimwissen von der Erde, fuhr er fort, bezog sich auf alles, was sich am Boden befindet. Es gab besondere Klassen von Bewegungen, Wörtern, Heilsalben, Tränken, die den Menschen, den Tieren, den Insekten, Bäumen, kleinen Pflanzen, Steinen und dem Ackerboden zugeordnet wurden. Dies waren die Techniken, die den alten Sähern ihren Ruf des Schrecklichen eintrugen und sie nutzten ihr Geheimwissen von der Erde, um zu hegen oder zu vernichten, was sich auf dem Boden findet. Das Gegenstück zur Erde war das, was sie als die dunklen Regionen bezeichneten. Diese Praktiken waren bei weitem die gefährlichsten. Sie bezogen sich auf Wesen ohne organisches Leben, lebendige Kreaturen, die auf der Erde hausen und sie zusammen mit allen organischen Lebewesen bevölkern. Eine der wertvollsten Entdeckungen der alten Säher, zumindest für sie selbst, war zweifellos die Erkenntnis, dass das organische Leben nicht die einzige Form von Leben ist, die es auf dieser Erde gibt. Ich begriff nicht recht, was er damit meinte. Ich erwartete, dass er seine Aussage verdeutliche. Die organischen Lebewesen sind nicht die einzigen Geschöpfe, die Leben haben, sagte er und hielt abermals inne, um mir Zeit zu lassen, seine Worte zu überdenken. Ich konterte mit einem langen Vortrag über die Definition von Leben und lebendig sein. Ich redete von Fortpflanzung, Stoffwechsel und Wachstum, biologischen Prozessen, die den lebendigen Organismus von unbelebten Dingen unterscheiden. Du führst das Organische an, sagte er, aber es ist nur ein Einzelfall. Du solltest bei dem, was du sagen willst, ist nicht nur eine einzige Kategorie anführen. Aber wie könnte es anders sein? Lebendig zu sein, heißt für die Säher, Bewusstsein zu haben, antwortete er. Für den Durchschnittsmenschen heißt Bewusstsein zu haben, ein Organismus zu sein. Dies ist der Punkt, in dem die Säher sich von anderen unterscheiden. Bewusstsein zu haben, bedeutet für sie, dass die Emanationen, die Bewusstheit bedingen, in einem Behältnis eingeschlossen sind. Organische Lebewesen haben einen Kokon, der die Emanationen einschließt. Aber es gibt auch andere Geschöpfe, deren Behältnis für den Säher nicht wie ein Kokon aussieht. Und doch tragen sie die Emanationen der Bewusstheit in sich und haben andere Charakteristika des Lebens als Fortpflanzung und Stoffwechsel. Welche zum Beispiel, Don Juan? Zum Beispiel emotionale Abhängigkeit, Traurigkeit, Freude, Zorn und so weiter. Das Beste habe ich dabei vergessen. Liebe, eine Art von Liebe, die der Mensch nicht einmal erahnen kann. Ist das dein Ernst, Don Juan? fragte ich besorgt. Mein unbelebter Ernst, antwortete er mit ausdruckslosem Gesicht und brach in schallendes Lachen aus. Richten wir uns nach dem, was die Säher sehen, fuhr er fort. So ist das Leben etwas ganz Ungeheuerliches. Falls diese Wesen Leben haben, wieso geben sie sich den Menschen nicht zu erkennen? fragte ich. Das tun sie doch dauernd. Und nicht nur den Sähern, sondern auch den Durchschnittsmenschen. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass alle Energie, über die wir verfügen, durch die erste Aufmerksamkeit verzehrt wird. Nicht nur verbraucht das Inventar des Menschen alle Energie, es härtert auch den Kokon, sodass er unelastisch wird. Unter solchen Bedingungen ist eine Verständigung zwischen uns und den Wesen kaum möglich. Er erinnerte mich an die unzähligen Male, da ich im Verlauf meiner Lehrzeit bei ihm solche anorganischen Wesen aus unmittelbarer Anschauung kennengelernt hatte. Darauf entgegnete ich, dass ich doch beinahe jedes dieser Vorkommnisse hinweg erklärt hätte. Einmal hatte ich sogar die Hypothese aufgestellt, dass seine Lehren unter Verwendung halluzinogener Pflanzen beim Lehrling die Zustimmung zu einer primitiven Interpretation der Welt erzwingen wollten. Nun erklärte ich ihm, ich hätte damals nicht wörtlich von einer primitiven Interpretation gesprochen, sondern den Sachverhalt in anthropologischer Terminologie als eine für Jäger- und Sammlergesellschaften angemessene Weltanschauung bezeichnet. Don Juan lachte, bis er nach Atem ringen musste. Ich weiß nicht, wann es schlimmer ist mit dir, in deinem normalen Bewusstseinszustand oder in gesteigerter Bewusstheit, sagte er. Im normalen Zustand bist du nicht misstrauisch, aber langweilig vernünftig. Du gefällst mir am besten, finde ich, wenn du weit in die linke Seite eingetaucht bist, trotz der Tatsache, dass du dann fürchterlich ängstlich bist, wie zum Beispiel gestern. Bevor ich Zeit hatte, etwas zu erwidern, stellte er fest, er werde nun das, was die alten Seher-Taten gleichsam kontrapunktisch mit den Errungenschaften der neuen Seher vergleichen, um mir dadurch eine umfassendere Vorstellung von den Schwierigkeiten zu vermitteln, die mir bevorstünden. Dann fuhr er fort, mir die Praktiken der alten Seher zu erläutern. Eine weitere ihrer wichtigen Entdeckungen bezog sich, wie er sagte, auf die nächste Kategorie geheimen Wissens, Feuer und Wasser. Sie hätten nämlich entdeckt, dass Flammen eine ganz besondere Eigenschaft habe. Sie können den Menschen körperlich transportieren, ähnlich wie Wasser. Don Juan bezeichnete dies als hervorragende Entdeckung. Ich wandte ein, es gäbe doch Grundgesetze der Physik, nach denen so etwas unmöglich und ausgeschlossen sei. Er forderte mich auf, mit meinen Schlussfolgerungen zu warten, bis er mir alles erklärt haben würde. Er meinte, ich solle meine übermäßige Rationalität im Zaum halten, weil sie dauernd meine Zustände gesteigerter Bewusstheit beeinträchtige. Statt auf äußere Einflüsse zu reagieren, sei ich meinen inneren Impulsen hilflos ausgeliefert. Und weiter erklärte er, dass die alten Tolteken, auch wenn sie offenkundig sahen, nicht verstanden, was sie da sahen. Sie nutzten einfach ihre Entdeckungen und machten sich nicht die Mühe, sie zu einem größeren Bild zusammenzufügen. Was ihre Kategorie Feuer und Wasser betraf, so unterteilten sie das Feuer in Hitze und Flamme und das Wasser in Nässe und Flüssigkeit. Nun setzten sie Hitze und Nässe miteinander in Beziehung und nannten sie die geringeren Eigenschaften. Flamme und Flüssigkeit galten ihnen als höhere magische Eigenschaften und sie nutzten sie als Mittel der körperlichen Fortbewegung im Reich des nicht organischen Lebens. Zwischen dem Wissen und diese Art von Leben und ihren Feuer- und Wassertechniken gerieten die alten Säer in einen trügerischen Sumpf ohne Ausweg. Die neuen Säer, so versicherte mir Don Juan, waren ebenfalls überzeugt, dass die Entdeckung der nicht organischen Lebewesen ein ganz außerordentlicher Sachverhalt sei, aber nicht so, wie die alten Säer dies verstanden. Die Entdeckung, dass sie selbst in Wechselbeziehung zu anderen Lebensformen standen, gab den alten Säern ein falsches Gefühl der Unverletzbarkeit, das ihren Untergang beschleunigte. Ich bat ihn, mir die Feuer- und Wassertechniken ausführlicher zu erklären. Er meinte dazu, das Wissen der alten Säer sei so kompliziert wie nutzlos gewesen, und er wollte es mir nur flüchtig skizzieren. Dann fasste er die Techniken des Oben und Unten zusammen, das Obere bezog sich auf ein Geheimwissen über Wind, Regen, Wetterleuchten, Wolken, Donner, das Tageslicht und die Sonne. Das Wissen vom Unteren bezog sich auf Nebel, Wasser, unterirdische Quellen, Sümpfe, Blitzstrahlen, Erdbeben, die Nacht, Mondlicht und den Mond. Das Laute und das Leise waren Kategorien eines Geheimwissens, das sich auf die Manipulation von Geräusch und Stille bezog. Das sich Bewegende und das Ruhende waren Praktiken im Zusammenhang mit rätselhaften Aspekten von Bewegung und Bewegungslosigkeit. Ich bat ihn, mir ein Beispiel für diese Techniken zu geben, die er mir skizziert hatte. Er antwortete, er habe mir im Lauf der Jahre schon Dutzende solcher Demonstrationen gegeben. Ich aber konnte nur wiederholen, dass ich alles, was er mit mir machte, rational hinweg erklärt hätte. Er antwortete nicht, entweder schien er verärgert über mich, weil ich dauernd Fragen stellte, oder er suchte ernstlich nach einem guten Beispiel. Nach einiger Zeit lächelte er und sagte, nun sei ihm das richtige Beispiel eingefallen. Die Technik, die ich meine, muss im seichten Wasser eines Baches praktiziert werden, sagte er. Es gibt einen gleich in der Nähe von Gennaros Haus. Was muss ich tun? Du musst einen Spiegel von mittlerer Größe besorgen. Diese Forderung überraschte mich. Ich warf ein, die alten Toltegen hätten doch gewiss keine Spiegel gekannt. Nein, das nicht, gab er lächelnd zu. Das ist die Zutat meines Wohltäters zu dieser Technik. Die alten Seher brauchten nichts anderes als eine spiegelnde Fläche. Die Technik bestand, wie er erklärte, im Eintauchen einer glänzenden Fläche in das seichte Wasser eines Baches. Als Fläche eigne sich jeder flache Gegenstand, der einigermaßen Bilder widerspiegeln konnte. Ich möchte, dass du einen festen Rahmen aus Blech zusammenfügst für einen Spiegel von mittlerer Größe, sagte er. Er muss wasserdicht sein, darum musst du ihn mit Pech versiegeln. Du musst ihn selbst machen mit deinen eigenen Händen. Wenn du ihn fertig hast, bring ihn her und wir fangen an. Was wird passieren, Don Juan? Sei nicht so ängstlich. Du hast mich gebeten, dir ein Beispiel für die Praktiken der alten Tolteken zu zeigen. Auch ich habe damals meinen Wohltäter gebeten. Ich glaube, jeder stellt irgendwann diese Bitte. Mein Wohltäter sagte, auch er habe darum gebeten. Sein Wohltäter, der Nagual Elias, zeigte ihm ein solches Beispiel. Mein Wohltäter zeigte mir das gleiche Beispiel und jetzt werde ich es dir zeigen. Damals, als mein Wohltäter mir dieses Beispiel zeigte, wusste ich nicht, wie er es machte. Jetzt weiß ich es. Eines Tages wirst auch du wissen, wie die Technik funktioniert. Du wirst verstehen, was hinter alledem steckt. Ich glaubte, Don Juan verlange von mir nach Los Angeles zurückzufahren und dort den Rahmen für einen Spiegel zu bauen. Ich wandte ein, es werde mir unmöglich sein, mich an diese Aufgabe zu erinnern, wenn ich nicht mehr im Zustand gesteigerter Bewusstheit sei. Zwei Dinge an deinem Einwand müssen zurechtgerückt werden, sagte er. Zum einen ist es dir ganz unmöglich, in gesteigerter Bewusstheit zu bleiben, denn du könntest gar nicht funktionieren, würden nicht ich oder Gennaro oder einer der Krieger aus dem Nagualzug dich jede Minute des Tages umsorgen, wie ich es jetzt tue. Zum anderen liegt Mexiko doch nicht auf dem Mond, auch hier gibt es Eisenwarenläden. Wir können nach Ruaxaca fahren und alles einkaufen, was du brauchst. Am nächsten Tag fuhren wir in die Stadt und ich kaufte alle nötigen Teile für den Rahmen. Für ein kleines Handgeld durfte ich ihn selbst in einer Mechaniker Werkstatt zusammenbauen. Don Juan befahl mir, den fertigen Rahmen in den Kofferraum meines Wagens zu legen. Er würdigte ihn keines Blickes. Am späten Nachmittag machten wir uns auf den Weg nach Gennaros Haus, wo wir früh am anderen Morgen eintrafen. Ich suchte Gennaro, er war nicht da. Das Haus schien verlassen. Warum behält Gennaro dieses Haus? fragte ich Don Juan. Er wohnt doch bei dir, nicht wahr? Don Juan antwortete nicht. Er warf mir einen sonderbaren Blick zu und ging, um die Petroleum Lampe anzuzünden. Ich blieb in der völligen Dunkelheit des Zimmers zurück. Ich spürte eine starke Müdigkeit, die ich zurückführte auf die lange, kurvenreiche Fahrt durch die Berge. Ich wollte mich hinlegen. In der Dunkelheit konnte ich nicht sehen, wohin Gennaro die Matten gelegt hatte, aber ich stolperte direkt über einen Stapel. Dann wusste ich, warum Gennaro dieses Haus unterhielt. Er sorgte für die männlichen Lehrlinge Pablito, Nesto und Benigno, die dort wohnten, wenn sie sich in ihrem normalen Bewusstseins Zustand befanden. Plötzlich war ich ganz heiterer Laune. Ich war auch nicht Ich erzählte ihm von meiner Erkenntnis, doch er meinte, es sei nicht so wichtig und ohnehin würde ich mich nicht lange daran erinnern. Er bat mich, ihm den Spiegel zu zeigen. Er schien erfreut und bemerkte, wie leicht und doch stabil er sei. Er stellte fest, dass ich Metallschrauben benutzt hatte, um einen Aluminiumrahmen und ein Stück Blech zu verbinden, das ich als Rückwand für einen Spiegel von 18 mal 14 Zoll Breite genommen hatte. Ich machte damals einen hölzernen Rahmen für meinen Spiegel, sagte er, dieser hier sieht viel besser aus als meiner, mein Rahmen war zu schwer und dabei doch zerbrechlich. Ich will dir nun erklären, was wir tun werden, fuhr er fort, nachdem er mit der Begutachtung meines Spiegels fertig war. Oder was wir zu tun versuchen werden, sollte ich vielleicht sagen, wir beide werden diesen Spiegel auf die Wasserfläche des Baches hinter dem Haus halten. Der Bach ist breit genug und seicht genug für unsere Absichten. Der Zweck der Sache ist, dass wir die Flüssigkeit des Wassers einen Druck auf uns ausüben lassen, um uns wegtragen zu lassen. Bevor ich noch etwas sagen oder Fragen stellen konnte, erinnerte er mich daran, dass ich schon früher einmal das Wasser eines ähnlichen Baches benutzt und dabei außerordentliche Wahrnehmungsleistungen vollbracht hatte. Er spielte an auf die Nachwirkungen der Einnahme halluzinogener Pflanzen, die ich mehrmals erlebt hatte, während ich im Bewässerungsgraben hinter seinem Haus in Nord Mexiko untergetaucht lag. Spare dir deine Fragen auf, bis ich dir erklärt habe, was die sehr über das Bewusstsein herausfanden, sagte er, dann wirst du alles, was wir tun, in einem anderen Licht sehen. Zuerst aber lass uns anfangen mit unserem Vorhaben. Wir gingen zu dem nahegelegenen Bach und er wählte eine Stelle mit flachen, herausragenden Steinen. Das Wasser dort, sagte er, sei flach genug für unseren Zweck. Was glaubst du wird geschehen? fragte ich in einer Anwandlung von quälender Besorgnis. Ich weiß nicht, ich weiß nur, was wir versuchen werden. Wir werden den Spiegel sehr behutsam, aber sehr fest in die Hände nehmen. Wir werden ihn sachte auf die Wasseroberfläche senken und ihn dann eintauchen. Dann werden wir ihn über den Grund halten. Ich habe es schon ausprobiert. Es gibt hier genügend Schlamm, sodass wir Er befahl mir, mich auf einem flachen Stein in der Mitte des sanften Wasserlaufs hinzuhocken und hieß mich den Spiegel mit beiden Händen fassen, direkt an den Ecken der einen Seite. Er hockte sich mir gegenüber und fasste den Spiegel auf dieselbe Weise, wie ich es tat. Wir senkten den Spiegel hinab und hielten ihn dann, die Arme beinahe bis zu den Ellenbogen eintauchend, ins Wasser. Er befahl mir, mich von allen Gedanken freizumachen und die Fläche des Spiegels anzustarren. Der Trick dabei sei, so wiederholte er immer wieder, überhaupt nichts zu denken. Ich blickte aufmerksam in den Spiegel. Die sachte Strömung verzerrte ganz leicht das Spiegelbild von Don Juans und meinem Gesicht. Oder umgekehrt, die Spiegelung von Don Juans Gesicht und meinem wurden in der sachten Strömung leicht verzerrt. Nachdem ich einige Minuten unverwandt in den Spiegel gestarrt hatte, schien es mir, als würde das Spiegelbild seines und meines Gesichts allmählich viel klarer. Und die Fläche des Spiegels wurde grösser bis sie beinahe einen halben Quadratmeter mass. Die Strömung schien still zu stehen und der Spiegel wirkte klar, als befände er sich über dem Wasser. Noch merkwürdiger war die Schärfe vergrößert nicht nur im Format, sondern auch in der tiefen Schärfe. Ich konnte sogar die Poren in der Haut über meiner Stirn erkennen. Don Juan flüsterte mir leise zu, ich solle nicht in seine oder meine Augen starren, sondern meinen Blick umherwandern lassen, ohne ihn auf einen bestimmten Teil unserer Spiegelbilder zu richten. Blicke starr, aber ohne zu starren, befahl er mir immer wieder in eindringlichem Flüsterton. Ich tat, wie er mich geheißen, ohne dass ich aufhören konnte, über diesen scheinbaren Widerspruch nachzugrübeln. Im gleichen Moment wurde etwas von mir in diesem Spiegel eingefangen und der Widerspruch machte auf einmal Sinn. Es ist möglich, starren zu blicken, ohne zu starren, dachte ich, und im selben Moment, als dieser Gedanke sich formulierte, tauchte ein weiterer Kopf neben Don Quans und meinem auf. Er befand sich an der unteren Seite des Spiegels zu meiner linken. Ich zitterte im ganzen Körper. Don Quan flüsterte mir zu, ich solle Ruhe bewahren und keine Furcht oder Überraschung zeigen. Wieder befahl er mir, hinzublicken, ohne den Neuankömmling anzustarren. Es kostete mich eine unvorstellbare Anstrengung, nicht einen Aufschrei zu tun und den Spiegel loszulassen. Mein Körper zitterte von Kopf bis zu den Zehen. Wieder befahl Don Quan mir flüsternd, mich zusammenzureißen. Immer wieder stieß er mich mit der Schulter an. Allmählich bekam ich meine Furcht unter Kontrolle. Ich blickte auf den dritten Kopf und erkannte allmählich, dass es kein menschlicher Kopf und auch kein Tierkopf war. Tatsächlich war es überhaupt kein Kopf. Es war eine Gestalt, die keine innere Bewegung aufwies. Als mir dieser Gedanke in den Sinn kam, erkannte ich augenblicklich, dass ich dies nicht selbst gedacht hatte. Auch kam mir diese Erkenntnis nicht als Gedanke. Ich empfand einen Augenblick ungeheure Angst und dann wurde mir etwas Unbegreifliches einsichtig. die Gedanken waren eine Stimme in meinem Ohr. Ich sehe, schrie ich auf Englisch, aber kein Ton wurde laut. Ja, du siehst, sagte die Stimme in meinem Ohr auf Spanisch. Ich spürte, ich war von einer Macht umschlossen, größer als ich selbst. Ich hatte keine Schmerzen, nicht einmal Angst, ich empfand nichts. Ich wusste jenseits allen Zweifels, denn die Stimme sagte es mir, dass ich durch keinerlei Willens und Kraft anstrengungen aus dem Griff dieser Macht ausbrechen konnte. Ich wusste, ich starb. Ganz automatisch hob ich die Augen, um Don Juan anzusehen und in dem Moment, als unsere Blicke sich trafen, ließ die Kraft von mir ab. Ich war frei. Don Juan lächelte mir zu, als wisse er genau, was ich durchgemacht hatte. Dann erkannte ich, dass ich aufrecht stand. Don Juan hielt den Spiegel schräg das Wasser abtropfen. Schweigend gingen wir zum Haus zurück. Die alten Tolteken waren einfach fasziniert von ihren Entdeckungen, sagte Don Juan. Ich kann verstehen, warum, sagte ich. Ich auch, entgegnete Don Juan. Die Macht, die mich eingehüllt hatte, war so stark gewesen, dass sie mich noch Stunden später unfähig machte, etwas zu sagen oder auch nur zu denken. Sie hatte mich bei völligem Fehlen eigenen Willens erfrieren lassen und nur langsam und schrittweise taute ich auf. Ohne absichtliches Eingreifen unserer Seids hat sich diese alte toltegische Technik für dich in zwei Teile gespalten. Der erste genügte schon, dich vertraut zu machen mit dem, was da stattfindet. Mit dem zweiten werden wir zu erreichen versuchen, was die alten Seher anstrebten. Was hat stattgefunden da draußen, Don Juan? fragte ich. Dazu gibt es zwei Auffassungen. Zuerst will ich dir die Auffassung der alten Seher erklären. Sie glaubten, dass die reflektierende Fläche eines unter Wasser getauchten glänzenden Gegenstandes die Kraft des Wassers vermehre. Dabei taten sie nichts anderes als ins Wasser zu starren und die reflektierende Oberfläche diente ihnen als Hilfsmittel um den Vorgang zu beschleunigen. Sie glaubten, unsere Augen wären die Schlüssel zum Eintritt in das Unbekannte. Indem sie ins Wasser starten, ließen sie ihre Augen den Weg öffnen. Die alten Seher hätten nämlich beobachtet, sagte Don Juan, dass die Nässe des Wassers lediglich befeuchte und nass mache, während die Flüssigkeit des Wassers sich bewege. Sie sei unterwegs, so meinten sie, auf der Suche nach anderen Ebenen in der Tiefe dort unten. Sie glaubten, dass das Wasser sei nicht nur zur Erhaltung des Lebens geschenkt worden, sondern auch als Bindeglied, als Pfad zu den anderen Ebenen in der Tiefe. Gibt es viele Ebenen in der Tiefe? fragte ich. Die alten Seher zählten sieben Ebenen, antwortete er. Und du? Kennst du sie selbst, Don Juan? Ich bin ein Seher des neuen Zyklus und folglich habe ich eine andere Auffassung, sagte er. Ich zeige dir nun, was die alten Seher taten und ich erzähle dir, was sie dachten. Er beteuerte, dass die Praktiker der alten Seher, nur weil er selbst eine andere Auffassung habe, mitnichten untauglich wären. Ihre Deutungen seien falsch gewesen, aber ihre Wahrheiten hätten für sie praktischen Wert gehabt. Hinsichtlich ihrer Wasserpraktiken, sagte Don Juan, waren sie davon überzeugt, dass es dem Menschen möglich war, sich körperlich von der Flüssigkeit des Wassers transportieren zu lassen, an jeden Ort zwischen dieser und unserer Ebene und den anderen sieben Ebenen in der Tiefe oder sich in dieser unserer Ebene überall hin versetzen zu lassen und zwar dem Lauf der Gewässer folgend in beiden Richtungen Andererseits nutzten sie für eine direkte Begegnung mit einem Lebewesen aus dieser ersten Ebene. Die kopfähnliche Figur im Spiegel war eines jener Geschöpfe, die heraufkam, um nach uns zu sehen. Sie existieren also wirklich, rief ich aus. Aber gewiss, antwortete er, die alten Seher, sagte er, hätten Techniken, aber was sie dabei gefunden hätten, sei sehr wertvoll. So hätten sie etwa herausgefunden, dass der sicherste Weg, einem dieser Geschöpfe zu begegnen, über einen Wasserlauf oder eine Wasserfläche führt. Die Größe dieses Gewässers sei unerheblich, ein Meer könne den gleichen Zweck erfüllen wie ein Tümpel. Er, Don Juan, habe sich für einen seichten Bach entschieden, weil er sich nicht gerne nass mache. Dieselben Ergebnisse hätten wir auch in einem See oder in einem großen Fluss erreichen können. Das andere Leben kommt, wenn der Mensch es ruft, um herauszufinden, was los ist, fuhr er fort. Diese toltekische Technik wirkt wie ein Klopfen an ihrer Tür. Die glänzende Fläche im Grund des Wassers dient, wie die alten Seher sagten, als Köder und als Fenster. Also begegnen sich Menschen und solche Geschöpfe an einem Fenster. Ist es das, was mir dort passierte? fragte ich. Die alten Seher würden sagen, du bist von der Kraft des Wassers angezogen worden und von der Kraft der ersten Ebene plus dem magnetischen Einfluss dieses Geschöpfes am Fenster. Aber ich hörte eine Stimme, die sagte, dass ich sterbe. Die Stimme hatte Recht. Du warst im Sterben und du wärst gestorben, falls ich nicht da gewesen wäre. Dies ist die Gefahr, wenn man die Techniken der Tolltegen praktiziert. Sie sind ungeheuer wirksam, aber meistens sind sie tödlich. Beschämt gestand ich ihm, dass ich erschüttert sei. Diese Gestalt im Spiegel zu sehen und die Empfindung einer Macht, die mich von überall einhüllte, das sei einfach zu viel für mich gewesen an diesem Tag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, sagte er, aber bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Falls wir das, was mir einst passierte, als Anhaltspunkt nehmen können für das, was dir passieren wird, solltest du dich auf den Schock deines Lebens gefasst machen. Besser, du schlotterst jetzt in den Stiefeln, als dass du morgen stirbst vor Angst. Meine Angst war so schlimm, dass ich nicht einmal die Fragen formulieren konnte, die mir in den Sinn kamen. Ich musste mehrmals kräftig schlucken. Droncon lachte, bis er hustete. Sein Gesicht wurde purpurrot. Als ich meine Stimme wiederfand, löste jede meiner Fragen erneut Spass dies alles für mich ist, meinte er schließlich. Ich lache nicht über dich, nur über die Situation. Mein Wohltäter ließ mich dieselben Sachen durchmachen und wenn ich dich so sehe, dann kann ich nicht anders. Ich sehe mich selbst. Ich sagte ihm, dass mir furchtbar übel sei. Das sei gut, meinte er, denn es sei ganz natürlich zu erschrecken und es falsch und sinnlos, die Furcht unterdrücken zu wollen. Die alten Säher, sagte er, seien dadurch in die Falle geraten, dass sie ihr erschrecken zu unterdrücken versuchten. Während sie eigentlich besinnungslos verangst hätten sein sollen, da sie weder ihre Aktivitäten aufgeben noch sich von ihren tröstlichen Ideenkonstruktionen trennen wollten, hätten sie stattdessen ihre Angst kontrolliert. Was werden wir noch mit dem Spiegel machen, fragte ich, dieser Spiegel wird uns gute Dienste leisten bei einer direkten Begegnung zwischen dir und dem Geschöpf, das du gestern nur kurz erblickt hast. Was geschieht bei solch einer direkten Begegnung? Nun, es geschieht, dass eine Lebensform die menschliche Form einer anderen Lebensform begegnet. In diesem Fall würden die alten Säher sagen, war Die alten Säher, erklärte er, hätten vermutet, dass die sieben Ebenen dort unten Ebenen der Flüssigkeit des Wassers seien. Eine Quelle habe für sie eine unglaublich große Bedeutung gehabt, weil sie glaubten, dass die Flüssigkeit des Wassers in diesem Fall ihre Richtung umkehre und einen Weg aus der Tiefe zur Oberfläche bahne. Sie sahen darin ein Mittel, dass es Geschöpfen aus anderen Ebenen diesen anderen Lebensformen ermöglichte, in unsere Ebene heraufzukommen, um uns zu betrachten, uns zu beobachten. In dieser Hinsicht hatten sich die alten Säher nicht geirrt, fuhr er fort. Sie trafen den Nagel genau auf den Kopf, denn es ist wahr, dass solche Wesen, die die alten Säher als Verbündete bezeichneten, in der Nähe von Wasserlöchern auftreten. War das Geschöpf im Spiegel ein Verbündeter? fragte ich. Gewiss, aber keiner, der von Nutzen sein könnte. Die Überlieferung der Verbündeten, von der ich dir bereits erzählt habe, geht direkt auf die alten Säher zurück. Sie vollbrachten Wunder mit der Hilfe ihrer Verbündeten, aber was immer sie vollbrachten, es nützte ihnen nichts, als der wirkliche Feind kam, ihre Mitmenschen. Nachdem diese Geschöpfe Verbündete sind, müssen sie wohl sehr gefährlich sein, sagte ich. So gefährlich wie wir Menschen, nicht mehr, nicht weniger. Können sie uns töten? Nicht unmittelbar, aber sie können uns gewiss zu Tode erschrecken. Sie können ganz herüberkommen über die Grenze oder sie begnügen sich damit, nur ans Fenster zu kommen. Wie du inzwischen erkannt hast, blieben auch die alten Toltegen nicht vor dem Fenster stehen. Sie entdeckten unheimliche Wege, um dort hinein zu gelangen. Die zweite Phase jener Technik, die Don Juan mir zeigte, verlief ganz ähnlich wie die erste, nur, dass ich doppelt so lange brauchte, um mich zu entspannen und meinen inneren Aufruhr zu beruhigen. Als mir dies gelungen war, wurde das Spiegelbild von Don Juans und meinem blickte ich zwischen seinem Spiegelbild und dem Meinen hin und her. Ich erwartete, der Verbündete würde jeden Moment erscheinen, aber nichts geschah. Mein Nacken schmerzte, mein Rücken wurde steif und meine Beine waren schon taub. Ich wollte mich auf einen Stein knien, um meine Rückenschmerzen zu lindern. Don Juan flüsterte mir Der Schock, eine runde Figur am Rande des Spiegels auftauchen zu sehen, verscheuchte alle meine Beschwerden. Was tun wir jetzt? flüsterte ich. Entspanne dich und richte deinen Blick aus, aber auf nichts Bestimmtes, auch nicht für einen Moment, antwortete er, beobachte alles, was im Spiegel erscheint, blicke ohne zu starren. Ich gehorchte, mit flüchtigen Blicken streifte ich alles, was im Rahmen des Spiegels zu sehen war. In meinem Ohr tönte ein eigenartiges Summen. Don Juan flüsterte, ich solle, falls ich mich von einer unheimlichen Macht eingehüllt fühle, meine Augen im Uhrzeigersinn rollen. Auf gar keinen Fall, so betonte er, solle ich den Kopf heben und ihn anschauen. Nach einer Weile bemerkte ich, dass sich verdunkelt. Punkte von intensiv violettem Licht tauchten auf und sie wurden größer. Da waren auch jet schwarze Punkte. Dann wurde daraus so etwas wie das flache Bild eines wolkigen Nachthimmels im Mondlicht. Plötzlich rückte wie im Film die ganze Fläche scharf ins Bild. Die neue Einstellung war ein atemberaubender dreidimensionaler Ausblick in die Tiefen. Ich wusste, dass es mir unmöglich sein würde, die ungeheure Anziehung dieses Bildes abzuwehren. Es fing schon an, mich in sich hinein zu ziehen. Don Juan flüsterte eindringlich, ich solle meine Augen rollen, falls mir mein Leben lieb wäre. Diese Bewegung brachte mir sofort Erleichterung. Ich konnte wieder unsere Spiegelbilder von jenem des Verbündeten unterscheiden. Dann verschwand der Verbündete und tauchte am anderen Rand des Spiegels wieder auf. Don Juan befahl mir, den Spiegel mit aller Kraft festzuhalten. Er ermahnte mich, Ruhe zu bewahren und keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Was wird jetzt passieren? flüsterte ich. Der Verbündete wird versuchen herauszukommen, erwiderte er. Kaum hatte er es gesagt, da spürte ich einen mächtigen Ruck. Irgendetwas riss an meinen Armen. Der Ruck kam von unter dem Spiegel her. Es war wie ein Sog, der einen einheitlichen Druck auf den ganzen Rahmen ausübte. Halte den Spiegel fest, aber pass auf, dass er nicht zerbricht, befahl Don Juan. Stämme dich gegen den Sog, gib Acht, dass der Verbündete den Spiegel nicht zu tief sinken lässt. Die Kraft, uns herunterzog, war gewaltig. Ich glaubte, meine Finger würden brechen oder an den Steinen am Boden zerquetscht werden. Irgendwann verloren Don Juan und ich beide das Gleichgewicht und mussten von unseren flachen Steinen ins Wasser hinabsteigen. Das Wasser war ziemlich seicht, aber der Verbündete rüttelte mit so beängstigender Kraft von allen Seiten her an dem Spiegel, dass es uns vorkam, als stünden wir in einem reißenden Fluss. Das Wasser wirbelte schäumend um unsere Füße, doch die Bilder im Spiegel blieben ungetrübt. Pass auf, schrie Don Juan, da kommt es. Das Ziehen schlug um in ein Stoßen von unten. Irgendetwas packte den Rand des Spiegels, nicht den äußeren Rand des Rahmens, den wir festhielten, den inneren Rand des Glases. Es war, als sei die Glasfläche tatsächlich ein offenes Fenster und irgendetwas oder irgendjemand schicke sich eben an, hindurch zu klettern. Don Juan und ich müden uns verzweifelt, den Spiegel hinunterzudrücken, sobald er nach oben gestoßen wurde, oder ihn heraufzuziehen, sobald er hinuntergezogen wurde. In gebückter Haltung bewegten wir uns langsam vom Ausgangspunkt wach abwärts. Das Wasser wurde tiefer und der Grund war mit glatten Steinen bedeckt. Los, wir ziehen den Spiegel aus dem Wasser und schütteln ihn ab, sagte Don Juan mit rauer Stimme. Lärmende Rütteln hielt unvermindert an. Es war, als hätten wir mit bloßen Händen einen großen, wild zappelnden Fisch gefangen. Mir kam die Idee, dass dieser Spiegel so etwas wie eine Luke sei. Tatsächlich versuchte eine sonderbare Gestalt durch diese Luke zu steigen. Mit voller Wucht lehnte sie sich auf den Rand der Luke und sie war so groß, dass sie das Spiegelbild von Don Juans Gesicht und meinem verdrängte. Ich sah uns nicht mehr. Ich konnte nur noch eine unförmige Masse erkennen, die sich hoch zu stemmen versuchte. Der Spiegel lag nicht mehr am Boden auf. Meine Finger wurden nicht mehr gegen die Steine gedrückt. Der Spiegel hing in mittlerer Tiefe in der Schwebe gehalten durch die widerstreitenden Kräfte, die der Verbündete und wir mit unserem Ziehen und Stoßen ausübten. Don Juan sagte, er werde nun seine Hände unter den Spiegel schieben und ich solle sie ganz schnell fassen, damit wir mehr Hebelkraft hätten, den Spiegel mit unseren Unterarmen herauszuziehen. Als er losließ, kippte der Spiegel zur Seite. Rasch griff ich nach seinen Händen, aber ich griff ins Leere. Ich zauderte eine Sekunde zu lange und der Spiegel glitt uns aus den Händen. Pack ihn! Pack ihn! schrie Don Juan. Ich erwischte den Spiegel kurz bevor er auf den Steinen aufschlug. Ich zog ihn aus dem Wasser, aber nicht schnell genug. Das Wasser war zäh wie Leim. Während ich den Spiegel herauszog, zog ich auch ein wenig von einer schweren gummiartigen Substanz heraus, die mir den Spiegel einfach aus den Händen und zurück ins Wasser riss. Mit außerordentlicher Behändigkeit fing Don Juan den Spiegel auf und zog ihn mühelos schräg aus dem Wasser. Noch nie im Leben hatte ich einen solchen Anfall von Schwermut gehabt. Es war eine Traurigkeit ohne erkennbaren Grund. Ich verknüpfte sie mit der Erinnerung an die Tiefen, die ich im Spiegel gesehen hatte. Es war eine Mischung aus reiner Sehnsucht nach diesen Tiefen und absoluter Furcht vor ihrer beklemmenden Einsamkeit. Don Juan stellte fest, dass es im Leben des Kriegers ganz natürlich sei, ohne offenkundigen Grund traurig zu sein. Die Seher behaupteten, dass das leuchtende Ei als Energiefeld seine letzte Bestimmung spüre, sobald die Schranken des Bekannten durchbrochen seien. Schon ein flüchtiger Blick in die Ewigkeit, außerhalb des Konkord genüge, um die Behaglichkeit unseres Inventars zu stören. Die daraus folgende Schwermut sei manchmal so stark, dass sie den Tod herbeiführen könne. Das beste Mittel, um diese Schwermut loszuwerden, sagte er, bestünde darin, sich darüber lustig zu machen. In spöttischem Ton meinte er, meine erste Aufmerksamkeit gäbe sich alle Mühe, die Ordnung wiederherzustellen, die durch meinen Kontakt mit dem Verbündeten gestört worden sei. Da es unmöglich sei, sie mit rationalen Mitteln wiederherzustellen, versuche meine erste Aufmerksamkeit es, indem sie ihre ganze Kraft auf die Traurigkeit konzentriere. Dies ändere aber nichts an der Tatsache, so sagte ich ihm, dass meine Schwermut real sei, dass ich mich ihr überließ, dass ich trübsalb ließ und deprimiert war, habe nichts mit dem Gefühl des Alleinseins zu tun, dass ich bei der Erinnerung an jene Tiefen empfunden hätte. Endlich fängst du an, etwas zu begreifen, sagte er. Du hast recht, es gibt nichts Einsameres als das Alleinsein und nichts ist für uns behaglicher als ein Mensch zu sein. Tatsächlich ist dies schon wieder ein Widerspruch. Wie kann der Mensch die Bindungen seines Menschseins behalten und sich gleichwohl mit Freuden und absichtlich in die absolute Einsamkeit der Ewigkeit vorwagen? Wenn du erst dieses Rätsel gelöst hast, wirst du bereit sein für die endgültige Reise. Jetzt wusste ich mit absoluter Gewissheit den Grund für meine Traurigkeit. Es war ein oft wiederkehrendes Gefühl bei mir, das ich stets vergaß, bis ich wieder dasselbe erkannte. Die Winzigkeit des Menschseins gegenüber, der Unermesslichkeit jenes Dinges an sich, das ich im Spiegel reflektiert gesehen hatte. Der Mensch ist wirklich ein Nichts, Dong Huan, sagte ich. Ich weiß genau, was du meinst, sagte er. Sicher, wir sind Nichts, aber genau dies macht die elementare Herausforderung aus, dass wir ein Nichts tatsächlich der Einsamkeit der Ewigkeit entgegentreten können. Er wechselte unvermittelt das Thema und ließ mich, meine nächste Frage unausgesprochen mit offenem Mund stehen. Er fing an, unsere Kraftprobe mit dem Verbündeten zu erörtern. Vor allem, so sagte er, sei dieser Kampf mit dem Verbündeten kein Scherz gewesen. Es war, wie er meinte, eigentlich keine Frage auf Leben und Tod, aber es sei auch kein Picknick gewesen. Ich habe mich für diese Technik entschieden, fuhr er fort, weil mein Wohltäter sie mir zeigte. Als ich ihn bat, mir ein Beispiel für diese Techniken der alten Seher zu zeigen, wälzte er sich verlachen beinahe am Boden. Meine Bitte erinnere ihn so sehr an sein eigenes Erlebnis. Auch sein Wohltäter, der Nagual Elias, hatte ihm eine grausame Demonstration dieser Technik erteilt. Nachdem Don Juan selbst den Rahmen seines Spiegels aus Hildholz angefertigt hatte, so sagte er, hätte er eigentlich von mir verlangen sollen, es eben so zu machen. Aber er wollte wissen, was passiere, wenn der Rahmen stabiler war als der seine oder der seines Wohltäters. Beide Male sei der Rahmen gebrochen und beide Male sei der Verbündete hervorgekommen. Bei seiner eigenen Kraftprobe erklärte er, habe der Verbündete den Rahmen zerbrochen. Er und sein Wohltäter hätten zwei Holzstücke in der Hand behalten, während der Spiegel versank und der Verbündete herauskletterte. Sein Wohltäter wusste, mit welchen Schwierigkeiten er zu rechnen hatte. Im reflektierten Bild eines Spiegels sagte er, seien die Verbündeten nicht beängstigend, denn man sähe nur eine Figur, eine Art feste Masse. Doch einmal herausgekommen, seien sie nicht nur fürchterlich anzusehen, sondern auch eine wirkliche Plage. Und sobald die Verbündeten aus ihrer Ebene herauskämen, sagte er, sei es sehr schwierig für sie, wieder dorthin zurückzukehren. Dasselbe gelte auch für die Menschen. Wenn Säher sich auf die Ebene dieser Geschöpfe vorwagten, sei es wahrscheinlich, dass man nie wieder von ihnen höre. Mein Spiegel wurde durch die Macht des Verbündeten zertrümmert, sagte er. Es gab kein Fenster mehr und der Verbündete konnte nicht mehr zurückkehren. Also verfolgte er mich? Er rannte tatsächlich hinter mir her, um seine eigene Achse kugelnd. Ich krabbelte mit höchster Geschwindigkeit auf allen Vieren und brüllte verangst. Ich raste wie ein besessener bergauf und bergab. Der Verbündete war immer nur Zentimeter von mir entfernt. Sein Wohltäter, so erzählte Don Juan, sei hinterhergerannt, aber er sei damals schon alt gewesen und habe nicht so schnell laufen können. Er hatte aber die gute Idee, Don Juan nachzurufen, er solle ein Ausweichmanöver machen und ihm selbst Zeit lassen, die nötigen Vorbereitungen zu treffen, um den Verbündeten loszuwerden. Er rief, dass er ein Feuer anfachen wolle und Don Juan solle im Kreis herumlaufen, bis alles bereit wäre. Dann machte er sich daran, trockenes Reisig zu sammeln, während Don Juan besinnungslos vor Angst um einen Hügel rannte. Don Juan gestand, dass ihm, während er dort im Kreis herumlief, der Gedanke gekommen sei, sein Wohltäter könne sich womöglich über die ganze Geschichte amüsieren. Er wusste, sein Wohltäter war ein Krieger, der in jeder denkbaren Situation seinen Spaß zu finden wusste. Warum also nicht in dieser? Einen Moment, so erzählte er, wurde er so wütend auf seinen Wohltäter, dass sogar der Verbündete aufhörte, ihn zu jagen. Mit deutlichen Worten warf Don Juan seinem Wohltäter Arglist vor. Sein Wohltäter antwortete nicht, sondern blickte nur mit einer Gebärde des Entsetzens an Don Juan vorbei, nach dem Verbündeten, der über den beiden auffragte. Don Juan vergaß seinen Zorn und rannte weiter Er war wirklich ein teuflischer Alter, sagte Don Juan lachend. Er hatte gelernt, innerlich zu lachen. Man sah seinem Gesicht nicht an und darum konnte er so tun, als weinte oder tobe er vor Wut, während er in Wirklichkeit lachte. An diesem Tag, als der Verbündete mich im Kreis herumhetzte, stand mein Wohltäter einfach da und verteidigte sich gegen meine Vorwürfe. Ich hörte nur Bruchstücke seiner langen Rede jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeilief. Als er damit fertig war, hörte ich Bruchstücke einer anderen langen Erklärung, dass er viel Holz sammeln müsse, dass der Verbündete sehr groß sei, dass das Feuer so groß sein wie der Verbündete selbst, dass das Manöver vielleicht keinen Erfolg haben werde. Nur meine irrsinnige Angst ließ mich weitermachen. Schließlich musste ihm klar geworden sein, dass ich nahe daran war, vor Erschöpfung tot umzufallen. Er fachte das Feuer an und mit dessen Flammen schirmte er mich gegen den Verbündeten ab. Und dann erzählte Don Juan, seien er und sein Wohltäter die ganze Nacht bei dem Feuer geblieben. Am schlimmsten war es für ihn, als sein Wohltäter gehen musste, um mehr dürre Zweige zu sammeln und ihn allein zurück ließ. Er fürchtete sich so sehr, dass er bei Gott gelobte, er werde den Pfad erschöpft hatte, gelang es dem Verbündeten mich ins Feuer zu stoßen und ich holte mir schlimme Verbrennungen, fügte Don Juan hinzu. Was wurde aus dem Verbündeten? fragte ich. Mein Wohltäter hat mir nie gesagt, was aus ihm geworden ist, erwiderte er. Aber ich habe das Gefühl, dass er immer noch ziellos herumirrt und den Rückweg zu finden versucht. Und was wurde aus ein gutes Gelübde gewesen, nur sei leider niemand da, um sich solche Gelübde anzuhören, weil es keinen Gott gäbe. Es gäbe nur die Emanationen des Adlers, und ihnen etwas zu geloben, sei ganz unmöglich. Was wäre passiert, wenn der Verbündete dich gefangen hätte? fragte ich. Vielleicht wäre ich vor Angst gestorben, sagte er. Wenn ich gewusst hätte, was es bedeutete, von ihm gefangen zu werden, dann hätte ich mich vielleicht fangen lassen. Damals war ich ein gutes Gelübde gewesen. Ich bin ein sorgloser Mensch. Wenn ein Verbündete. Wenn ein Verbündete. Wenn ein Verbündeter dich fängt, stirbst du entweder am Herzschlag, oder du kämpfst mit ihm. Dann, nach einer kurzen Prügelei von gespielter Wildheit, schwindet die Energie des Verbündeten. Es gibt nichts, was ein Verbündeter uns antun könnte, und umgekehrt. Wir sind durch eine Kluft geschieden. Die alten Säer glaubten, dass der Verbündete, in dem Moment, da seine Energie dahin schwindet, dem Menschen seine Kraft überlässt. Kraft? Oh je! Die alten Säer hatten so viele Verbündete, dass sie ihnen aus den Ohren wuchsen, und doch konnte die Kraft ihrer Verbündete gar nichts verhindern. Und wieder seien es die neuen Säer gewesen, erklärte Don Juan, die diese Verirrung klärten. Sie hätten herausgefunden, dass es einzig auf Makellosigkeit ankomme, und das heißt, befreite Energie. Tatsächlich habe es unter den alten Säern etliche gegeben, die von ihren Verbündeten gerettet wurden, aber dies habe nichts mit der Kraft der Verbündeten zu tun gehabt, irgendetwas zu verhindern. Vielmehr sei es die Makellosigkeit dieser Männer gewesen, die ihnen erlaubte, die Energie jener anderen Lebensformen zu nutzen. Den neuen Säern, sagte Don Juan, verdanken wir auch die bisher wichtigste Erkenntnis über die Verbündeten, nämlich, was sie für den Menschen nützlich oder nutzlos machte. Nutzlose Verbündete, und ihre Zahl sei verblüffend, seien diejenigen, die Emanationen in ihrem Inneren hätten, für die es in uns Menschen keine Entsprechung gäbe. Sie seien so verschieden von uns, dass sie uns durchaus nicht nutzen konnten. Andere Verbündete, und deren gäbe es erstaunlich wenige, seien uns ähnlich, das heißt, sie besäßen einige Emanationen, die mit den unseren übereinstimmten. Wie kann der Mensch sie benutzen? fragte ich. Benützen ist vielleicht nicht das richtige Wort, sagte er. Ich würde sagen, was zwischen Säern und Verbündeten stattfindet, ist so etwas wie ein gerechter Tausch von Energie. Wie findet dieser Energietausch statt? fragte ich. Durch ihre übereinstimmenden Emanationen, sagte er. Diese Emanationen gehören natürlich zur linksseitigen Bewusstheit des Menschen, zu der Seite, die der Mensch niemals benutzt. Aus diesem Grund sind sie auch gänzlich ausgeschlossen von der Welt der rechtseitigen Bewusstheit, von der Seite der Rationalität. Die übereinstimmenden Emanationen, sagte er, lieferten beiden, den Menschen und den Verbündeten, eine gemeinsame Basis. Bei einiger Vertrautheit werde dann eine tiefere Bindung hergestellt, die es beiden Lebensformen erlaube, voneinander zu profitieren. Die Säer strebten nach den ätherischen Eigenschaften der Verbündeten. Diese eigneten sich hervorragend als Pfadfinder und Beschützer. Die Verbündeten strebten nach dem größeren Energiefeld des Menschen, mit dessen Hilfe sie sich sogar materialisieren konnten. Erfahrene Säer, so erklärte er, könnten diese gemeinsamen Emanationen regulieren und sie zu völliger Übereinstimmung bringen. Genau in diesem Moment findet der Austausch statt. Diesen Vorgang hätten die alten Säer nicht verstanden und daher entwickelten sie komplizierte Blicktechniken, um in jene Tiefen hinabzusteigen, die ich im Spiegel gesehen hätte. Die alten Säer verfügten über ein sehr raffiniertes Werkzeug, das ihnen bei diesem Abstieg zustatten kam, fuhr er fort. Es war ein Seil aus besonderem Garn, das sie sich um die Hüfte schlangen. Es hatte ein weiches, in Harz getauchtes Ende, das sie sich wie ein Stöpsel in den Nabel fügte. Die Säer hatten einen oder mehrere Gehilfen, die sie an dem Seil hielten, während sie sich in ihre Blicktechnik verloren. Direkt in die Spiegelungen eines tiefen, klaren Weihers oder Sees zu blicken, ist natürlich viel überwältigender und gefährlicher als das, was wir mit dem Spiegel machten. Aber sind sie tatsächlich also körperlich hinabgestiegen, fragte ich. Du würdest staunen, wessen der Mensch fähig ist, besonders wenn es sein Bewusstsein kontrolliert, erwiderte er. Die alten Säer waren irregeleitet. Bei ihren Ausflügen in die Tiefen fanden sie Wunder. Den Verbündeten zu begegnen, war für sie etwas ganz Gewöhnliches. Inzwischen ist dir natürlich klar, dass es nur eine bildliche Ausdrucksweise ist, wenn man von den Tiefen spricht. Es gibt keine Tiefen, es gibt nur ein Handhaben der Bewusstheit. Doch zu dieser Erkenntnis sind die alten Säer niemals vorgedrungen. Ich erzählte Don Juan, ich sei aufgrund dessen, was er über sein Erlebnis mit dem Verbündeten gesagt hatte, wie auch aufgrund meines subjektiven Eindruckes, als ich die rüttelnde Kraft der Verbündeten im Wasser spürte, zu dem Schluss gelangt, dass der Verbündete sehr aggressiv war. Nicht wirklich, sagte er. Nicht, dass sie nicht genügend Energie hätten, um aggressiv zu sein. Aber sie haben eine andere Art von Energie. Sie sind eher wie elektrischer Strom. Organische Wesen sind eher wie Hitzewellen. Aber wieso jagte er dich so lange umher, fragte ich. Das ist kein Geheimnis, sagte er. Sie werden von Emotionen angezogen. Kreatürliche Angst ist das, was sie am meisten anzieht. Sie löst jene Art Energie aus, die es ihnen am meisten angetan hat. Die Emanationen in ihrem Inneren werden durch kreatürliche Angst gebündelt. Da meine Angst so überwältigend war, hatte der Verbündete es auf sie abgesehen. Oder vielmehr, meine Angst köderte den Verbündeten und ließ ihn nicht mehr los. Die alten Säer seien es gewesen, sagte er, die herausfanden, dass die Verbündeten kreatürliche Angst mehr als alles andere schätzen. Sie seien sogar so weit gegangen, ihre Verbündete absichtlich damit zu füttern, indem sie andere Leute zu Tode erschreckten. Die alten Säer seien überzeugt gewesen, dass Verbündete menschliche Gefühle hätten, doch die neuen Säer hätten etwas anderes gesehen. Sie hätten gesehen, dass die Verbündeten durch die von den Emotionen freigesetzte Energie angezogen werden. Hätte er Liebe für diesen Verbündeten empfunden, fügte Don Juan hinzu, dann hätte der Verbündete ihn ebenfalls verfolgt, wenngleich die Jagd in einer anderen Stimmung erfolgt wäre. Ich fragte ihn, ob der Verbündete aufgehört hätte, ihn zu verfolgen, wenn er seine Angst unter Kontrolle gebracht hätte. Das Kontrollieren der Angst, antwortete er, sei ein Trick der alten Säer gewesen. Sie hätten ihre Angst in solchem Maß zu kontrollieren gewusst, dass sie sie Stück für Stück verausgaben konnten. Sie hätten die Verbündeten mit ihrer Angst geködert, indem sie ihnen diese nach und nach wie Speise verabreichten. Ja, sie hätten die Verbündeten regelrecht versklavt. Diese alten Säer waren furchteinflößende Männer, fuhr Don Juan fort. Ich sollte nicht in der Vergangenheitsform sprechen. Sie sind noch heute furchterregende Männer. Sie haben es darauf abgesehen, Herrschaft auszuüben, jeden und alles in ihre Gewalt zu bekommen. Auch heute noch, Don Juan, fragte ich und bat ihn mir, dies ausführlicher zu erklären. Er aber wechselte das Thema und meinte, ich hätte die Chance verpasst, mir tatsächlich einen maßlosen Schreck einjagen zu lassen. Zweifellos, sagte er, habe die Art, wie ich den Rahmen des Spiegels mit Pech versiegelt hatte, das Wasser gehindert hinter das Glas einzusickern. Dies hielt er für den entscheidenden Faktor, der den Verbündeten davon abgehalten habe, den Spiegel zu zerschmettern. Schade, sagte er, vielleicht hätte der Verbündete dir sogar gefallen. Übrigens war es nicht derselbe wie am Tag zuvor. Der zweite war dir vollkommen ähnlich. Hast du selbst Verbündete, Don Juan, fragte ich. Wie du weißt, habe ich die Verbündeten meines Wohltäters, sagte er. Ich kann nicht sagen, dass ich ihnen dasselbe Gefühl entgegenbrächte wie mein Wohltäter. Er war ein heiterer, aber tief mitfühlender Mensch, der großzügig alles verschenkte, was er besaß, auch seine Energie. Er liebte seine Verbündeten. Er hatte nichts dagegen, wenn die Verbündeten seine Energie nutzten, um sich zu materialisieren. Vor allem einen hatte er, der sogar eine groteske menschliche Gestalt annehmen konnte. Nachdem Don Juan selbst keine Vorliebe für die Verbündeten habe, so sagte er, sei es ihm niemals gelungen, mir eine rechte Anschauung von ihnen zu geben, wie sein Wohltäter es bei ihm machte, während er sich von seiner Schusswunde in der Brust erholte. Am Anfang, sagte er, sei ihm sein Wohltäter als ein sehr seltsamer Mann vorgekommen. Mit knapper Not den Klauen eines kleinen Tyrannen entronnen, musste Don Juan befürchten, gleich in die nächste Falle gestolpert zu sein. Er hatte vorgehabt, ein paar Tage zu warten, bis seine Kräfte wiederhergestellt wären, um dann wegzulaufen, während der Alte nicht im Hause war. Aber der Alte Mann hatte wahrscheinlich seine Gedanken gelesen, denn eines Tages flüsterte er Don Juan vertraulich ins Ohr, er müsse so schnell wie möglich gesund werden, damit sie beide, dem Zwingherren und Folterknecht, des Alten entspringen konnten. Darauf riss der Alte zitternd vor Angst und Schwäche die Tür auf, und ein gespenstischer, fischgesichtiger Mann trat ins Zimmer, als habe er hinter der Tür gelauscht. Er war grünlich-grau, hatte nur ein einziges starres Auge und war so groß wie die Tür. Don Juan sei, wie er sagte, so überrascht und erschrocken gewesen, dass er in Ohnmacht fiel und hinterher Jahre brauchte, um sich von dem Bann dieser Angst zu befreien. »Sind deine Verbündeten dir nützlich, Don Juan?«, fragte ich. »Das ist schwer zu sagen«, sagte er. »In gewisser Weise liebe ich die Verbündeten, die mein Wohltäter mir geschenkt hat. Sie sind fähig, es mit unvorstellbarer Zuneigung zu entgelten. Aber sie sind mir unbegreiflich. Sie wurden mir als Gefährten beigegeben für den Fall, dass ich jemals allein in dieser Unermesslichkeit stränden sollte, die da heißt, die Emanationen des Adlers.